Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zum ja Preview kann man schlecht sagen. Ich möchte heute in diesem Video mit euch einmal die Einstellungen der Xbox Series X durchgehen. Ich habe ja im letzten Video das Unboxing durchgeführt und habe die Konsole soweit eingerichtet. Die Downloads laufen bereits. Wir können uns mal ein bisschen hier durch die Menüs klicken. Also wir sind hier im Hauptmenü, sehen hier die Spiele, die auf der Xbox installiert sind, beziehungsweise das, was ich als letztes genutzt habe. Wir haben häufig gespielte Spiele hier zum Beispiel, Updates von Freunden in der Community, neue Spiele, die wir kaufen können, Trends, plattformenübergreifende Multiplayer, Game Pass. Dann haben wir hier die Apps und kostenpflichtige Top Spiele, beziehungsweise beliebte Game Pass Spiele. Ansehen, zuhören und dann haben wir hier unten noch Multiplayer Spiele. Oder spiel nochmal die Sahne Stücke, packende Geschichten. Da sind im Prinzip verschiedene Spiele drin, bei denen wir ja unseren Spaß haben werden. Dann haben wir, das Menü ist eigentlich relativ übersichtlich aufgeführt. Wir haben hier oben meine Spiele und Apps. Wenn wir da mal drauf gehen, sehen wir, dass zur Zeit die Installation von Forza Horizon 5 läuft. Dann habe ich noch Gears of War 4. Einige Apps sind hier drin. Gruppen habe ich noch keine. In der gesamten Bibliothek seht ihr meine Spiele, die ich bis jetzt für die Xbox Series X habe, beziehungsweise Gears of War 4 habe ich mir für Windows gekauft. Ist ja plattformübergreifend, kann ich also auch auf der Xbox spielen und werde ich auch machen, anstatt auf dem PC. Irgendwann hatte ich mir, glaube ich, Forza Horizon 3 mal geholt. Das habe ich jetzt von der Installation erstmal ausgeschlossen. Wie gesagt, es läuft noch ein bisschen. Wir haben 50 GB von Forza zur Zeit fertig. Ich werde erstmal die beiden Spiele installieren und dann schauen, ob ich das ein oder andere mit euch spielen werde. Wie gesagt, das ist meine gesamte Bibliothek, was ich zur Zeit hier drauf habe. Ist noch nicht so viel. Ich hoffe ja mal, dass im Laufe der Jahre da das ein oder andere dazukommt. So, dann haben wir hier oben den Store, in dem wir uns die Spiele dann kaufen können. Ich bin noch nicht so sicher, welche Spiele ich jetzt hier für die Konsole kaufen werde. Das werde ich mir dann, ja, ich denke mal, überlegen. Es sind natürlich auch Spiele, die ich schon für den PC habe, beziehungsweise für die Playstation. Da muss ich dann mal ein bisschen genauer schauen. Ansonsten, ja, kann man im Store wie im Playstation Store halt Spiele kaufen. Ganz normal, dann haben wir oben den Game Pass, den ich zur Zeit ja noch nicht habe. Ob ich mir den irgendwann mal holen werde, werde ich sehen. Gears of War 5 habe ich, glaube ich, sogar auch für den Steam Shop, habe ich auf dem PC, glaube ich, gekauft. Ähm, glaube ich zumindest. Mal sehen, vielleicht werde ich es mir nochmal für die Xbox holen und muss ich mal gucken. Dann haben wir einmal die Suche, bei der wir verschiedene Sachen suchen können im Store, beziehungsweise auf der Konsole. Und wir haben die Einstellung, die ich mit euch natürlich mal durchgehen möchte. So, bei den allgemeinen Einstellungen haben wir die Netzwerkeinstellung, Personalisierung, Guide einpassen, Profil, Farbe, Design, Hintergrund. Ist alles drin. Anzeige und TV-Option, Auflösung, haben wir natürlich das, was wir haben. Ähm, hier habe ich jetzt noch nichts weiter eingestellt. Online, Sicherheit und Datenschutz, Laut, äh, Ausgabe und Lautstärke. Das lasse ich erstmal alles so, wie es ist. Energie-Option haben wir herunterfahren, Ruhestand, Energie-Option anpassen, runterfahren, neu starten. Ähm, das hier ist zur Zeit eingestellt. Die Konsole wird heruntergefahren und unterstützt automatische Updates der Konsole und von Spielen. Ruhezustand haben wir nicht. Gut, dann sind wir hier bei den allgemeinen Einstellungen schon durch. Meine Kontoeinstellungen, ich glaube, die sind selbsterklärend. Da sieht man die Abonnements, Sicherheit, PIN, Anmeldung, verknüpfte Konten, Jugendschutz, Datenschutz, Inhaltseinschränkungen, Konto entfernen, Zahlung und Rechnung. Beim System können wir die Konsoleninformationen anschauen. Konsole zurücksetzen. Ähm, Datensammlung zulassen. Das habe ich jetzt erstmal aktiviert. Speichergerät, da habe ich, ähm, bis jetzt nur den internen Speicher. Da habe ich noch keinen zusätzlichen Speicher dran gesteckt. Ähm, Updates habe ich gemacht. Da ist es komplett auf dem neuesten Stand. Zugriffsbeschränkungen habe ich keine. Sicherung und Übertragung habe ich noch nicht benutzt. Uhrzeitsprache ist alles eingestellt. Zubehör, da müsste zurzeit, ja, der Xbox Series X Controller, der Wireless Controller dabei sein. Den kann ich noch konfigurieren. Ich kann ein neues Gerät verbinden. Ähm, was haben wir denn noch? Medienfernbedienung habe ich nicht. Disc, Pluray, digitale Assistenten, eine Maus kann ich sogar anschließen. Remote Futures kann ich nutzen. Voreinstellungen haben wir hier noch mit Benachrichtigungen, Leerlaufoptionen, Pausen, Erinnerungen, Aufzeichnungen und Freigabe. Und bei der Barrierefreiheit haben wir die Sprachausgabe, Controller, Bildschirmlupe, Spiele, Chat, Untertitel, Audio, Farbfilter, hoher Kontrast und Nachtmodus. Nachtmodus ist zurzeit aus. Wenn wir den einschalten, sieht alles ein bisschen, ja, alles ein bisschen gedimmter aus. Und auch ein bisschen gefiltert. Den lassen wir aber aus, den brauche ich nicht. Dann sind wir im Großen und Ganzen eigentlich auch schon mit den Einstellungen hier durch. Ich werde mich halt in Ruhe nochmal da dann durchfuchsen. Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen werde ich das alles so lassen. Auch die Anzeigeoptionen. So, TV-Kalibrieren kann ich hier Videoqualität und Overscannen. Das werde ich erstmal nicht rumstellen. Nachtmodus hat mir hier noch Gerätessteuerung. Genau, Empfehlungen. Mit diesen Einstellungen können die hier entfernt werden, ihre Konsole kommunizieren und ihren Bildschirm oder ihre Audio-Videos zu steuern. Das werde ich jetzt mal entfernen. Das brauche ich nicht. Das sind nur Empfehlungen gewesen. Aber im Großen und Ganzen waren das die Einstellungen, die ich hier habe. Mein Profil. Installationsort ändern. Ne, ich möchte eigentlich zurück. Weiteren Formelungen. Bald verfügt bei der Neu-Export-Startseite. Kriege mich nach Hause. Weitere Informationen. So, genau. Da sind wir wieder auf der Startseite gelandet. Und im Großen und Ganzen habe ich hier keine Möglichkeiten. Doch ich kann hier oben noch auf mein Profil gehen. Da sehe ich mein Konto. Ja, das passt alles. Online-Anzeitung. Da seht ihr sogar noch die Uhrzeit. Ich könnte hier jetzt Konten hinzufügen. Einstellungen, Guide anpassen, Energieoptionen. Da müsste ich aber genau, da komme ich da wieder rein. Okay. Also, wie gesagt, Forza. Der Download läuft noch. Wir sind mittlerweile bei 57 Gigabyte von 130. Da kommt noch das Rallye-Abenteuer. Gears of War 4. Vielleicht, wie gesagt, hole ich mir noch Gears of War 5. Muss ich mal sehen, ob ich das für die Xbox oder auf dem PC irgendwann mal spiele, wenn es die Zeit erlaubt. Ansonsten sind wir so im Großen und Ganzen durchpackende Geschichte. Red Depp Redemption Microsoft Store Anzeigen. Was kostet das zur Zeit? Ist sogar reduziert auf 19,79 Euro. Okay, hier hat man Red Depp Redemption und Red Depp Redemption 2. Habe ich mir natürlich für einen PC geholt. Brauche ich auf der Xbox dann nicht nochmal. Oh, hier jetzt für 20 Euro. Obwohl ich Red Depp Redemption auch für einen PC habe. Es wäre blöd eigentlich nochmal zu kaufen. All of Duty 4 Modern Warfare habe ich, glaube ich, auch schon. Guardians of the Galaxy. Hier haben wir optimierte Spiele für die Xbox Series X bzw. S. Da kann man sogar nochmal reinschauen. Was hier noch alles dabei ist. Fall Guys ist sogar kostenlos. Fortnite. Rocket League. War Cry 6 ist im Ubisoft Store enthalten. It Takes Two Freundes Pass. Und was haben wir denn hier? Schönes Roach Company. Okay, Elden Ring. Ja, das sind ganz schöne Preise, wenn man hier so reinschaut. Und wie gesagt, einige Spiele habe ich halt schon für den PC oder für die Playstation. Ich bin echt gespannt, welches mein erstes Xbox-Game wird. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall in Forza reinschauen. Nicht das jetzt einmal. Was ist das hier? Xbox Avatar, Dieter Original-Avatar. Ja, ich denke mal, wenn wir... Ich weiß, ich spiele auch zur Zeit noch Forza Horizon 4. Aber die 5 war nun mal dabei. Deswegen kann die ruhig hier drauf. Und die werden wir uns definitiv auch anschauen. So ein schönes Japan-Szenario haben, wenn wir nicht richtig informiert bin. Und vielleicht werde ich auch mit Gears of War mal beginnen. Da habe ich ja, glaube ich, den ersten Teil auch für den PC. Und vielleicht schauen wir uns die anderen Teile dann auch noch an. Ich müsste sogar... Warteschlange, da haben wir vier was drin. Achso, ja. Das kann alles runterladen. Das passt schon soweit. Mutzugriff aus. Aber nun nennt es ein Netzwerk übertragen. Aus Kachelgröße kann ich hier sogar noch einstellen. Steht jetzt auf klein. Wenn ich die auf mittel nehme, müsste doch alles ein bisschen größer sein eigentlich, oder? Oder zählt das nur hier für... Ausführen einer Kachelgröße für meine Spiele und Apps. Achso, das ist dann hier drin nur. Okay. Können wir das auch lassen. Wie gesagt, in der Bibliothek habe ich noch nichts. Was ist der Game Pass Ultimate? Da können wir mal reinschauen. 14 Tage für 1 Euro kann ich jetzt beitreten. 100 großartige Titel zum Spielen auf Konsole, PC und in der Cloud Spiele. Brandneue Spiele von Xbox Games. Nimmst du die am ersten Tag? Ja, da können wir auf jeden Fall mal. Ich könnte jetzt, wie gesagt, wird automatisch für 14,90 Euro pro Monat fortgesetzt. Das heißt, 15 Euro im Monat kostet das Ganze. 14 Tage könnte ich das jetzt für 1 Euro testen. Werde ich mir noch überlegen, ob ich das machen werde. Oh, nein, da war ich doch gerade. Hallo, ich wollte zurück. Ja, geht doch. Okay, meine Güte. Ja, ich muss noch ein bisschen zurechtkommen hier. Aber das passt schon. Ja, im Großen und Ganzen ist es das gewesen, was das Menü hier der Xbox angeht. Wir haben uns soweit alles angeschaut. Und ich denke mal, irgendwann wird dann das erste Xbox Series X Gameplay für euch kommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Ich würde mich freuen und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. 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 Vielen Dank.